Hallöchen, ja, und zwar wollte ich euch heute etwas über diese Balea-Produkte erzählen. Also das ist die Balea Young-Reihe, Soft and Care. Die vier Gesichtsprodukte möchte ich euch einmal vorstellen. Ja, und ich sitze gerade im Bett und es ist einfach schon nach 12 Uhr, nach 24 Uhr. Okay, ja, womit fangen wir denn mal an? Ich glaube, wir haben am besten erstmal mit den Balea Young Soft and Care klärende Reinigungstücher. Und zwar sind hier 25 Stück, meine ich, drin. Wo steht das denn? Aber doch, ich meine... Doch, ja, hier, 25 Reinigungstücher. Ja. Ja, 3 in 1. Klären sanft und wirksam, verfeinern das Hautbild, entfernen wasserfestes Make-up. Für Mischhaut. Also die Reihe ist an sich immer für Mischhaut. Ja, es gibt glaube ich auch eine Reihe für fettige Haut, für normale Haut und sowas. Ja, und weil ich halt hier zu fettiger Haut und hier, hier in diesem Bereich und auch hier in dem T-Zonen-Bereich und da sehr fettige Haut leider, aber hier auch nahezu trockene Haut habe, denke ich, dass ich eine Mischhaut habe. Ja, also die Tücher, die kann ich eigentlich echte Leute empfehlen. Also von denen kriege ich keine Pickel. Ähm, ja. Das Augen-Make-up lässt sich gut entfernen und die sind auch richtig groß. Also ungefähr, äh, so groß. Und reichen halt fürs ganze Gesicht. Also manchmal falte ich die wieder zusammen, tu die in die Tüte wieder rein und nehme sie dann am nächsten Abend. Also wenn sie halt noch so feucht sind, damit weiß ich nicht, wie sie soll ich, ja, da ist das nicht so verschwenderisch. Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall ein empfehlendes Produkt. Also, ja, ich glaube, das kostet 1,50 oder sowas. Also ich kann euch die Preise nochmal in die Infobox unten reinschreiben von allen Produkten. Ja, dann einmal Balea Young Saft & Care klärendes Waschgel mit Fruchtsäure für Feinheit, die Poren und auch für Mischhaut. Ja, das habe ich eine Zeit lang morgens und abends benutzt. Einfach so, um das ganze Make-up zu entfernen und das Augen-Make-up auch noch nachträglich zu entfernen. Und ja, also ich weiß nicht, wovon ich genau wieder kleine Picchen bekommen habe, aber dazu komme ich später. Ja, also hiermit habe ich mich ab morgens und abends immer gewaschen und da ist auch schon ziemlich viel raus. Also ungefähr, so viel ist da noch drin. Ähm, ja, der Duft ist, also auf jeden Fall ein angenehmer Duft und sehr frisch. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, wenn ich mir das auf meine Finger mache. Ja, Moment. Ja, ihr seht halt so kleine Bläschen. Ich hoffe, ich doch bitte. Ja, und dann halt einfach nur einreiben in die Haut mit etwas Wasser auch. Und da sind auch so kleine, ähm, Peeling, Peeling-Körnchen drin, die das, ähm, ganze Make-up im Gesicht einfach schön entfernen. Und ja, ihr seht es vielleicht, also da entsteht so Schaum dann auch. Ja, und, ähm, ungefähr dreimal in der Woche, also montags, mittwochs, samstags sowas ungefähr, habe ich auch bei Lea Young, ähm, 3 in 1 Reinigung, Peeling und Maske benutzt, auch mit Fluchtsäure. Und das ist halt so, äh, ja, es ist halt weiß mit blauen Pärchen. Und, ähm, ja, das ist, das wirkt halt besser und intensiver als das hier. Und damit, also das könnt ihr halt als normale Reinigung wie das hier benutzen. Oder als Peeling also irgendwie eine Fischung drauf lassen. Und, äh, nee, das ist die Maske. Schön. Und das Peeling wäre halt, ja, ist doch dasselbe wie Reinigung. Also Reinigung und Peeling einfach auch ein bisschen nehmen, mit Wasser vermischen, einreiben in den Händen und auch das Gesicht verteilen. Das wirkt dann halt wie eine Maske. Und wenn ihr erst das Maske verwenden wollt, dann einfach 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und, ja, dann abwischen. Und dann habt ihr halt noch intensiveres, reineres Hautgefühl, als wenn ihr nur das hier macht. Deswegen, aber auch nicht zu oft verwenden, weil ich weiß nicht, ob die Haut dann, dass die Haut so gut tut. Und, ja, jetzt kommen wir zu der mattierenden Creme. Auch mit Fruchtsäure. Und ich glaube, von der bin ich nicht so überzeugt. Außerdem setzt sich auch alles immer in diesen Deckel ab. Obwohl ich, ich lege es ja jetzt nicht unbedingt so hin, aber irgendwie ist das so flüssig, dass es wirklich immer wieder in den Deckel läuft. Ja, hier ist auch noch ziemlich viel drin, weil ich meine, dass ich hier von Pickel bekomme. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie vertrage ich die Creme nicht. Obwohl ich mit den beiden und auch mit den Tüchern bin ich vollkommen zufrieden. Nur irgendwie, weiß ich nicht, bekomme ich von der Creme Pickel. Also, auch wenn die gut als Make-up-Unterlage ist und vielleicht mattiert und sowas, aber für meine Haut ist die einfach nicht gut. Also, müsst ihr selber testen, aber, ja. Ja, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Also, ich werde alle Preise in die Infobox schreiben. Und ich habe mir auch überlegt, die andere Serie zu testen für, weiß ich nicht, für fettige Haut. Würde ich die dann einmal testen und dann kann ich ja euch davon auch noch berichten. Und, ja, also, wie gesagt, das sind auf jeden Fall Empfehlensprodukte. Also, die empfehle ich euch, die drei Sachen. Ja. Und, ja, hier müsst ihr halt selber testen und gucken, wie es mit eurer Haut klarkommt. Und, ja, ich glaube, das war's. Und meine Haare sind heute etwas. Ich weiß nicht. Ich hatte gerade noch Tanzen. Zwei Stunden von halben bis zehn Uhr. Ja, da muss man durch, ne? Ich glaube, ich werde bald auch ein paar Videos hochladen, wo ich tanze. Weil, ja, Tanz und Singen ist halt schon so meine Lieblingsbeschäftigung. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Ja, großartig geschminkt bin ich auch nicht heute. Ich hatte einfach nur Eyeliner, Wimperntusche und ein bisschen Ruhig, ein bisschen Bronzer. Mööö. Ja. Du musst doch mal mein Oberteil sehen, sonst denkt ihr doch, ich wäre irgendwie nackt oder so. Ich will euch noch was erzählen. Kann ich denn sagen. Wisst ihr, wisst ihr vielleicht, was man an Halloween machen kann? Weil, ja, ich bin 16, komm nicht überall rein und ich weiß auch nicht, wo es in NRW irgendwie was gibt, so. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir irgendwas empfehlen? Oder, falls ihr aus dem Raum NRW kommt, erzählt mir doch einfach irgendwie welche Tipps oder, ja, wo ihr so hingeht an Halloween. Ich glaube, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.